So Leute, herzlich willkommen zurück zum neuen Let's Play. Wir spielen heute wieder die Order. Oh, was passiert jetzt? Aha, sie ist unser Kumpel. Ja, wir spielen heute wieder die Order, das zweite Let's Play der Serie. Beim ersten ist mir die Kamera abgekackt und die SD-Karte ist voll. Ja, ich habe nur eine 16 GB SD-Karte, also muss ich wirklich gucken, ich kann nicht viel mehr als 20 Minuten aufnehmen. Wer hat auch eine 16 GB SD-Karte? Ohne Scheiß. Die nächste, die neue ist im Kommen, die Größe. Na, Amazon ist schnell. Aber erst mal machen wir so weiter. Ich hoffe, der erste Teil hat euch gefallen. Ja, ich fand es sehr, sehr cool mit der Kamera. Und jetzt ist sie so gut wie immer am Start, hoffe ich. Ja. So. Okay, nochmal ein bisschen aufpassen hier. Krasse Rüstung haben sie ja erstmal schon mal am Start hier. Vereintes Indienplatz. Okay, halt der R3 gedrückt. Hä, sie kann doch auch rennen, warum kann ich nicht rennen? Oh, jetzt kann ich rennen. Ohne Scheiß. Diese Spiele manchmal. Atmosphäre, Grafik, wie gesagt, mega nice, ja. Dann muss ich nochmal sagen. Gefällt mir echt, echt gut. Achso, zieht sie doch um den Hals. Das ist hier... Die üblichen schießwütigen Söldner. Die Vereintes Indien Company will enthusiastische Handlanger. Das letzte, was wir brauchen, ist ein Haufen Söldner, die noch mehr Chaos stiften. Sie haben den Befehl, alles abzuriegeln. Hm. Nein, jetzt gibt's hier schon wieder abfragen. Nein, 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 nein. Aber ohne Mist, das alte London und so oder alte England, das hat so einen Flair, ich weiß auch nicht. Wie finde ich das? Wow. Oh, alter! Na, warte mal ab, du. So, dann drücke Sekundärwaffe, alles klar. Drücke R2, um deine Waffe abzufeiern. Ziel erledigt! Meine, das Aim ist hier etwas langsam. So, drücke Fick, um deine Waffe nachzuladen. Habe ich doch. Okay, nice. Verschwindet von hier! Sucht nach Waffen! Ihr zwei, schwingt eure Asche hierher! Ich brauche Hilfe! Los jetzt! Los! Warum Sekundärwaffe? Los geht's, ihr Bastarde! Oh! Oh! Scheiße! Primärwaffe. Ein paar sind zum Atrium unterwegs. Du kleiner Arsch, du! Boah! So, jetzt wollen wir hier mal gucken. Oben auf der Treppe! Nein, das sind auch Headshots! Naja. Vielleicht sollte ich wirklich mal mit Deckung arbeiten. Da haupt ohne Einer! Meine Güte, hier sind ja Haufen! Boah, die... Wo ist meine Lebensenergie? Bisschen scheiße, das ist nur so. Alter! Da! Du bist irgendwie... Ich... Was war denn das? Da hinten? Wer sieht das denn? So, warte mal. Ich muss mal hier... Sieht ja keine Sau. Gewohnte Push-Taktik. Wow! Okay, Arschloch. So, wo war denn was? Hier? Die Tür ist verschlossen. Okay. Ich höre drinnen Bewegungen. Ja, aber wie soll ich die jetzt auch machen? Nein, drinnen sind noch mehr Verrückte. Die ist ja auch lustig. Soll ich denn das jetzt auch machen? Aha! Betäubt, okay. Ja, siehst du, der hat erst nicht Dreieck angezeigt. Ja, da stellt man sich vielleicht an wie der letzte Bob hier. Wow! Oha, was gibt sie sich jetzt hier? Oh Gott! Sie schlachten sie alle ab! Bereit? Also bis jetzt ist es einer gestorben. Halt, der L2 gedrückt. L2 zu zielen. Drücken zum Werfen. R2. Ich brauche unterwegs! Also dann. Los geht's! Oh verdammter Nese! So, jetzt sehe ich trotzdem keine Sau. Aufpassen! Die Bobbys rennen vor! Die Bobbys? Haben die gesagt, die Bobbys? Die Bobbys? Woah, fuck, fuck, fuck. Oh, da ist ja noch einer. Ah! Mann, ich stehe hier genau vor denen. Boah, ich sehe halt auch nichts, ne? Alter, die Sonne hier. Ich hasse das, ne? Unsere Wohnung liegt so scheiße zur Sonnenseite. Also jetzt sehe ich gerade gar nichts. Ah, die Wohnung liegt so scheiße zur Sonnenseite, ey. Ohne Mist da. Du könnt dich ausrasten, ne? Na, geh rein. Wir sollten den zweiten Stock räumen. Oder man kauft sich so eine absolut dunkle Vorhänge, ja. Dass du so eine richtige Räuberhöhle hast. Wirst du soweit mit allem zufrieden? Dann geht's wahrscheinlich noch. Ein ganz normaler Morgen in London. In der Tat. Siehst du, in London. Ich hoffe, das war erst der Anfang. Er ist ein bisschen schießgeil oder was los mit ihm? Ist klar. So. Dreheck, um einen nahen Feind zu erledigen. Oha. Okay. Sie ist, äh... Auch gut dabei. Alter, ich sehe keine... Nichts sehe ich hier. Ohne Scheiß. Wer verbraucht Granate? Ja. Kündigt da extra noch krass an. Raum sicher. Okay. So, jetzt habe ich hier kaum Money. Die haben alle nur so eine Scheißwaffe. Gibt hier was? Ah ja, da, du. Oh. Alter, was macht er denn jetzt? Drücke zum Feuer. Warum ist er denn jetzt... Oh. Alter. Absolut kein Aim hier am Start. Mann. Ich hab doch schon dreimal drauf geschossen. So. Oh, wir sind irgendein krasser Dude. So, alle nennen uns Sir. Wann ist das der, mit dem wir aus dem Knast ausgebrochen sind, nur jünger? Na logisch, Alter. Deswegen auch einmal ein Ritter, Mann. Scheiße. Was ist der noch? Ich muss mich um diese Dame kümmern. Marquis. Das ist der Franzosentyp. Ihre Aufmerksamkeit wird woanders erfordert. Seien Sie versichert, Mademoiselle. Es ist nur mein Treuer. Aha, der Kreis schließt sich. Oh, Marquis. Sie dürfen jetzt nicht gehen. Meine Dame, ich fürchte. Ich muss gehen. Die Pflicht rufen. Ist ein französischer Akzent sexy? Also, ich weiß nicht. So viele Frauen fahren darauf ab. Ganz reizend, oder nicht? Ist mir nicht aufgefallen. Das liegt daran, dass Sie kein Franzose sind. Sie sind der amerikanischste Franzose, der mir je begegnet ist. Meine Geliebte ist die Freiheit, mon ami. Ein echter Ritter muss seine Leidenschaften zügeln. Ohne Leidenschaft, Monsieur. Kann ein Mann nicht kämpfen. Wir kämpfen nicht gegen Männer, Marquis. Männer, Halblüter, was ist der Unterschied? Vive la Liberté. Oh, was sieht er da? Was steht da? Ey, diese Sonne. Er muss wahrscheinlich Let's Plays machen, auf den Armen verschieben. Ne? Das ist er. Na, endlich, sagt sie. Ja, ist nicht üblich, dass der Mann auf die Frau wartet, ne? Ne, andersrum. Ist nicht üblich. So. Okay. Kann es bitte noch dunkler sein? Ohne Scheiß. Alter. Also ab hier, warte mal. Einstellungen. Handzeige. So. Hilft mir das? Oh, ja. Ein bisschen. Oh, Mann. Oh, entkommene Patienten, ist sie? Ohne Scheiß, ich seh halt nichts, ne, Leute? Es tut mir jetzt echt leid. Das ist doch ne Scheiße hier, mal ganz ehrlich. Vorsprung. Ah, okay. Wir scheinen irgendwie voranzukommen. Drücke Ellen Richtung gegenüber den Seiten der Lücke und drücke X zum mal rüberspringen. Okay. Und hochklettern. Ey. Keine Ahnung, wo sie sein soll. Ich seh halt nichts. Oh, Mann. Oh, okay. Anscheinend sind wir irgendwie richtig. Ich weiß auch nicht. Ich bin einfach nur den hellen Lichtern nachgelaufen. Wow. Was ist das denn? Alter. Fuck, Mann. Ich wusste es. Irgendwie sind die kranken Wehrwolf-Viecher, Mann. Fast wie bei Until Dawn. Oh, nee. Was ist denn das? Mann. Diese Scheiß-Sonne, Mann. Oh, ey. Ehrlich. Leute, ich... Alter. Lykaner. Sehst du? Was versächtet denn hier? Oh, Mann. Ich seh halt nichts, Mann, Leute. Ich würd euch gerne was Gutes abgeben hier, aber... Wurde wahrscheinlich nichts werden, ehrlich. Ich könnt schon wieder ausrasten. Na. Ist halt unmöglich. So, wie viel... Naja. Wir machen auch noch zwei Trice, ne. Ansonsten geht's dann im nächsten Video weiter, Leute. So, irgendwas leuchtet hier. Das kann ich doch erstmal aufheben hier, bitte. So. Die SD-Karte ist irgendwie schon wieder voll. Oder hat aufgehört. Alles klar. Dann machen wir erstmal Schluss an der Stelle. Ihr seht ja, die Sonne stört mich. Ich verreck hier ständig. Wenn's euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Die Reihe wird weitergehen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Herr Partner. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.